willkommen zu einer neuen episode des sockelkars ein jugio podcast von und mit sugi sockel und bevor wir mit der mit der folge einfach anfangen möchte ich kurz ein zwei dinge sagen die mich beschäftigt haben und die gerade so abgehen und weswegen ich auch eine weile kein content hochgeladen habe weil ich einfach gedacht habe es einfach der falsche zeitpunkt jetzt eine auf heile welt zu machen dem ein oder anderen hängt das thema zum hals raus und wenn ihr nicht darüber hören wenn nichts dazu hören wollt was ich dazu sagen sagen habe dann spult einfach ein bisschen weiter vor und da könnt ihr dann einfach den teil überspringen es geht einfach um die geschehnisse die gerade auf der welt die da gerade abgehen mit der ukraine und dem angriff von russland aus putins man jetzt auch putins krieg ich will auch kein großes politisches ding drum machen ich bin einfach nur geschockt dass man in der heutigen zeit einfach auf solche mittel zurückgreift und krieg anfängt ich meine ganz ehrlich niemand hat lust auf krieg und selbst die russen haben keine lust auf krieg und ich finde es einfach schrecklich was da abgeht in der welt und traurig dass solche sachen passieren und mich hat es eigentlich ziemlich beschäftigt und deswegen habe ich einfach ich hatte auch keine lust irgendwas aufzunehmen weil ich gedacht habe das ist nicht der richtige zeitpunkt kann jetzt nicht hier eine auf heile welt machen mich beschäftigt das und jetzt ja jetzt setze ich mich damit auseinander und wenn ich mich besser fühle wenn ich mich dazu bereit fühle dann werde ich auch darüber reden und dann werde ich auch wieder mein content aufnehmen und hier sind wir jetzt wieder ich war auch zwischenzeitlich krank deswegen kam sonst wäre vielleicht ein paar tage früher was gekommen aber gut jetzt sind wir hier und heute habe ich wieder was neues für euch in meiner letzten episode habe ich mal ein paar umfragen gestartet und so weiter und habe nachgefragt ob ihr mehr bock auf solche opening podcasts habt und ich habe die mehr die mehrzahl war für jahr und deswegen sind wir hier und diesmal machen wir ein hidden arsenal chapter 1 box also so eine kleine box auf ich werde auf alle karten eingehen ich werde alles vorlesen ich werde alles mit euch durchgehen und da gibt es auch einen schönen beipack zettel der die geschichte erzählt wenn ihr interesse an der geschichte habt bleibt dran und wenn euch das thema überhaupt nicht interessiert dann müsst ihr halt auf den nächsten podcast warten denn der wird auch nicht allzu lange auf sich warten denn ich habe so viel in der pipeline was noch ansteht in diesem sinne wollen wir jetzt einfach anfangen ja nein egal ist es nicht eure entscheidung ich fange einfach an in diesem sinne fangen wir jetzt auch an ich mache jetzt die box auf vielleicht hört ihr es auch hier ein bisschen wie ich jetzt aufschneide und raus hole aber erst gucken wir mal was ist auf der box eigentlich zu sehen was ist in dieser box überhaupt drin schauen wir uns mal auf der rückseite da steht nämlich drauf die booster serie hidden arsenal hat monster genommen die nur an dual terminal spielautomaten zu finden waren und hat sie überall verfügbar gemacht ach so ich verstehe dual terminal die sache ging voll an mir vorbei weil zu der zeit als das ganze zeit gestand gestand gestartet war habe ich gerade nicht aktiv uv o gespielt und mich damit beschäftigt okay gehen wir mal weiter hier hidden arsenal chapter one enthält monster aus den sets eins bis vier von hidden arsenal plus viele beliebte monster der original dual terminal spielautomaten wie dunkle magia und blaue giga weiße drache bonus acht karten in jeder box haben die originale dual terminal karten optik die viele jahre lang nirgends anders verfügbar waren also heißt es alternative artworks und jede box enthält zwei packs hidden arsenal chapter one 18 karten pro booster pack und eine von sieben secret rare karten varianten und eine von mehreren sammel würfeln und es werden fünf würfel abgebildet aber ich weiß es gibt einen geheimen sechsten würfel und seit neuem deck konami in europa die würfel ab bei den alten sets konntest du noch nach würfel aussuchen jetzt nicht mehr die haben die verdeckt deswegen weiß ich nicht welcher würfel mich hier erwartet und ich bin gespannt ich habe hier einen dunkelblauen würfel ich weiß aber nicht zu welchem thema der gehört ich kann ja mal schauen ob ich gleich in der in der anleitung was finde oder was heißt anleitung in dem beiblättchen dass ein bisschen story hoppla jetzt war es aber laut dass ein bisschen story erklärt zu dem hidden arsenal sets und zu den ganzen themen die da drin sind das heißt heute gibt es auch ein wenig story für euch ich hole es wird noch mal laut ich hole noch die packs raus so ich hoffe das passt so und ja ich würde sagen wir gehen mal die story durch oder das beipack zettelchen und zwar haben wir hier auf der ersten seite eisbarriere der konflikt um trishula die drachen freilassen der eisbarriere clan ist sich uneinig darüber ob er seine ultimativen waffen einsetzen sollte die drachen der eisbarriere vor langer zeit wurden die drachen der eisbarriere in ein ewiges gefängnis gesperrt wenn sie freigelassen werden könnte ein außer kontrolle geratener trishula die gesamte welt in hand umdrehen entfrieren jetzt wird die durch uralte leben hervorgerufene spaltung zwischen der von den mystikern angeführten pro freilassen fraktion und der vom militär angeführten angeführten kontra freilassen fraktion angesichts der bedrohung durch die sagenhaften immer größer ja die sagenhaften ist auch ein thema ähm da werden wir noch ähm drauf eingehen so aber wer ist denn gegen die freilassung der trishula drachen neben den drachen der eisbarriere verehrt diese fraktion der loren der in den heiligen bergen lebt gemäß ihren strikten traditionen sind sie gegen trishulas freilassung und sind zuversichtlich dass sie den sagenhaften gewachsen sind ohne den verheeren der drachen einsetzen zu müssen aber wer ist für die freilassung die von den hexern und anderen mystikern angeführte fraktion verehrt nur die drei drachen der eisbarriere und will alle drei freilassen sie vertraut darauf dass trishula und seine brüder in zeiten der not ihre macht immer für den clan der eisbarriere einsetzen werden devloren wohnt tief in den bergen der eisbarriere ihre himmlischen kräfte hält man für stark genug um selbst drachen der eisbarriere niederzuhalten ah mhm das ist also für gegen die freilassung und die drei eisdrachen sind folgende diese eisdrachen sind tief in den heiligen bergen eingeschlossen also auf dem zettel sieht man die bilder zu den drachen der clan der eisbarriere stammt von denen ab welche das gefängnis beschützt haben aber nach so vielen schlachten sind sie jetzt versucht die drachen in ihren kämpfen einzusetzen und dann gibt es einen gewissen uralten spiegel der erste gründer des clans hat diese reliquie erschaffen um die drei drachen für alle zeiten einzusperren indem er ihre eilen frierkräfte auf sie zurück reflektierte und sie für immer einfrieren ließ ah schön das zu dem eisbarrieren teil dann kommen wir zum die sagenhaften aus einem sagenhaften reich gut dann gucken wir uns mal die story dazu an durch unruhe in den reichen der sterblichen sind viele wilde geister aus der gefangenschaft entkommen die sagenhaften nach ihrer befreiung wohnen sie jetzt erneut in ihren sagenhaften reich und können durch die tore des chaos in die welt unter ihnen hinabsteigen man sagt dass dieses reich aus drei ebenen besteht die alle von einem mächtigen könig regiert werden der absolute nacht und autorität hat ach macht und autorität hat wisst ihr da ist ein fragezeichen und 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 dann geht der satz weiter also ist ein bisschen verwirrend hier für alle sagenhaften gilt eine strikte hierarchie die auf ihrem status und ihre rolle basiert aha es gibt mehrere ebenen die erste die zweite und die dritte ebene was haben wir denn zur ersten ebene die erste ebene das reich der unterweltler hier leben die niedersten und geringsten der sagenhaften diese ebene ist den toren des chaos die zugang zu den welten darunter erlaubt am nächsten es mangelt den bewohnern dieser ebene jedoch an der macht sie zu öffnen ok ah zu den bewohnern der ersten ebene zählt ein paar von kundschaftern die auf geheiß ihrer vorgesetzten aus dem reich über ihnen die oberflächenwelt beaufsichtigen außerdem leben hier die wilden und barbarischen einheiten ihre gewaltigen invasionsstreit macht dann kommen wir zur zweiten ebene das reich der rufer rufer schreien ihre befehle nach unten zu den bewohnern des reichs der unterweltler sie haben sich ihre einzigartigen namen verdient und befähigen die armeen der sagenhaften sie sind versessen auf jeden sieg um sich als würdig zu erweisen und eines tages in das reich der könige aufzusteigen und dann haben wir noch die dritte ebene das reich der könige hier herrschen die höchsten der sagenhaften die einzigen mit der macht die tore des chaos zu öffnen unruhen im reich der sterblichen haben die aufmerksamkeit von walkyrus erregt und zu einem schonungslosen krieg geführt ich glaube das ist der hochkönig oder sowas schätze ich mal es gibt noch der älteste hexer ich schätze mal der ist von der zweiten ebene er heißt mits toshi war einst ein bekannter stabsoffizier der dritten ebene oh ok es geht um die dritten ebene und für seinen einfallsreichtum und seine weisheit bekannt nachdem er wegen experimenten mit verbotenen zaubern verbannt wurde hat er sich jetzt mit dianeira verbündet und plant seine rückkehr ins reich der könige dann haben wir noch was zu den drei königen der oberste könig leviathan und die zwei könige vor ihm arbeiten anscheinend zusammen um über ihr sagenhaftes reich zu herrschen aber keiner von ihnen traut den den beieinander und betrug und renke sich im reich des königs ständig um der in der an der tagesordnung achso die streiten sich die ganze zeit jetzt habe ich es verstanden ei 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 ja macht macht ist immer so ein ding ne und dann haben wir noch die sagenhaften kobolde die sehr viel in artworks zu sehen sind diese vertrauten ne diese vertrauen diesen alter was ist das denn für ein deutsch moment diese vertrauten diesen dem reich der könige alter was ist denn das diese vertrauten diesen dem reich der könige was ist denn das für ein satz diese vertrauten diese dem reich der könige ich verstehe den satz nicht aber ich bin auch ein bisschen ich bin immer noch ein bisschen neben der spur weil ich noch nicht ganz auf den beinen bin aber der satz macht für mich keinen keinen sinn naja machen wir mal weiter sie sind die einzigen die sich frei zwischen den ebenen ihres sagenhaften haften reichs bewegen können sie halten ausschau nach zeichen von unruhe in den unteren ebenen und behalten die oberflächen welt im auge aber der erste satz der hat mich echt verwirrt diese vertrauten diesen dem reich der könige der macht für mich ich verstehe den satz nicht ich weiß nicht liegt es an mir oder liegt es an euch oder lese ich den falsch ich verstehe es nicht na gut machen wir mal weiter es kommt zum Thema der nebeltal die wächter die himmelswächter sind sogar nebeltal monster und geschichte mal schauen was die geschichte dafür für uns offen hält wenn eindringlinge durchs nebeltal kamen oder sich einen nebel verhangenen grenzen auch nur näherten wurden sie seit ewigen zeiten von den erstaunlichen geflügelten kriegern des nebels vertrieben eine mischung aus tapferen soldaten und aufsteigenden vögeln ihre einzigartigen fähigkeiten sorgten viele zeitalter lang für siege aber durch den fortwährenden krieg der letzten jahre ist ihre zahle auf ein gefährliches niedriges niveau gesunken mhm der donnerbeherrscher wird unaufhaltbar sobald er von wut und zorn erfüllt ist oh und des donnersbeherrschers rechte hand ist sein henker der die schnellen winde des tals kontrolliert ah und die gehören zu den soldaten trotz der verluste in ihren reihen können sie sich den gegnern noch in einer abgestimmten formation entgegenstellen hm interessant krieger ja so sehen die auch aus wie krieger aber es gibt auch die vögel des nebeltals und ich glaube die sind eher interessanter als die krieger die vögel des tals arbeiten in einer allianz mit den kriegern zusammen und haben oft ihre fliegenden asse zur verfügung gestellt um die situation zu retten der schlafplatz wird vom goldadler regiert der gegnerische bewegungen am luftpriesen an luftpriesen erkennt und sie dann mit starken sturmböen verteilt diese stärke macht den goldadler durch seine überwältigende prins überwältigende präsenz die das land beschützt zu einem symbol der hoffnung für das nebeltal ja 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 es ist wie in herr der ringe die adler retten mal wieder alles ja 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 viele glauben dass die vögel einst krieger des nebeltals waren dass die vogelhälfte ihre zwillings ihre zwillingnatur aber langsam die überhand gewonnen hat ach so es sollen mal krieger gewesen sein die halb vogel ach gott jetzt gucke ich mir die krieger an und ich sehe es sind halb vogel halb mensch halb mensch halb vogel und der vogelteil hat übernommen es gibt auch die nebelraupe am boden sind die wogenden nebelmeere fast undurchdringlich da wo man kaum sehen kann lebt die mysteriöse nebelraupe genau genommen ist die nebelraupe die gewelle des nebels im tal sie erzeugt einen hypnotischen nebel der eindringlinge verwirrt und sie letzten endes wieder am eingang des tals enden lässt wo sie ihre reise begonnen haben manche sagen dass die nebelraupe nur existiert um das nebeltal vor eindringlingen zu schützen aha aber was haben die gusto mit den nebeltalwächtern zu tun taktiken der gusto die kooperation mensch vogeltaktiken des nebeltals wurden an das benachbarte gusto volk weitergegeben die gusto wurden viele male angegriffen um ihr reiches marschland zu erobern daher haben sie eine fusion aus kampftechnik entwickelt darunter die ihrer nachbarn wobei was darunter die ihrer nachbarn jetzt habe ich es wobei sie auch die einzigartigen tiere ihrer länder einsetzen ah die arbeiten gemeinsam mit denen es sind es sind normale menschen die mit den vögeln zusammenarbeiten super cool und jetzt haben wir noch ein thema und zwar das flambe jetzt wird es heiß bruderschaft der flammen ich weiß bloß nicht wo ich anfangen soll machen wir mit dem fangen wir mit dem mit ne fangen wir mit urukisars flammwellkorps oh die haben eine hierarchie das flammwellkorps wird von kommandant urukisars dem meister der feuerroten kunst angeführt zum rückgrat seiner armee zählen der faun aus der kunstschafter einheit der bogenschütze aus dem selbstverteidigungskräften und grunika aus der angriffsbrigade aber in den rängen herrscht eine große unruhe ein unterwäldler hat die seelen seiner eigenen kameraden als waffe verwendet und so für große streitereien zwischen den anderen truppen gesorgt aha mitglieder der verbündeten der gerechtigkeit um sich gegen die wurminvasion aus dem weltall zu verteidigen haben sich die flammwell den anderen drei nationen angeschlossen um die streitkräfte der verbündeten der gerechtigkeit zu bilden die flammwellmeister der blutroten flammen spielen diesen schlachten eine kritische rollen rollen hä also es ist echt schwer geschrieben eine kritische rollen wenn sie den eindringen aus dem all mit feuer auslöschen und sie weg sperren alter was ist denn das ok es tut mir so leid ich fang nochmal von vorne an ok aber irgendwas stimmt da nicht ich glaub das ist einfach nur schlecht übersetzt grad ok nochmal neue mitglieder der verbündeten der gerechtigkeit ich krieg's hin um sich gegen die wurminvasion aus dem weltall zu verteidigen haben sich die flammwell den anderen drei nationen angeschlossen um die streitkräfte der verbündeten der gerechtigkeit zu bilden die flammwellmeister der blutroten flammen spielen in diesen schlachten eine kritische rolle wenn sie die eindringen aus dem all mit feuer auslöschen und sie weg sprengen bevor diese auch nur reagieren können es ist doch einfach nur ein übersetzungsfehler wenn ich es so vorgelesen habe macht es sinn aber die übersetzung ist nicht eindeutig also es tut mir leid deswegen hat der satz vorhin wohl keinen sinn gemacht ok was haben wir denn hier noch zu den flammwellen eine alte gottheit erwacht aus ewigem schlummer bald nach ihrer entstehung begann die neo flammwell eine mysteriöse gottheit zu verehren fast als ob sie besessen wären dann begannen sie in reinen makellosen flammen zu brennen und diese energien erwecken eine uralte flammengottheit um erneut auf die erde auf der erde zu wandeln stimmt es gibt ja auch noch neo flammwell ein neues feuer volk geboren aus der sagenhaften schlacht einem groß angelegten angriff der sagenhaften auf die welt stellte sich das flammwellkorps kühn entgegen was gewaltige hitze freisetzte die teile der welt verdampfen ließen aus dieser asche erhob sich ein neues volk diese neue art wuchs schnell entwickelte sich rasant und wird jetzt in erinnerung an seine verschwundenen vorfahren neo flammwell genannt jetzt macht das ganze einen sinn so viel dazu machen wir mal weiter wir haben noch ein bisschen was an story teile ich hoffe ihr habt spaß an story ich habe spaß daran weil es ist ja auch interessant mal die story hinter den karten zu hören deswegen lese ich weiter aber ich muss erstmal hier ein bisschen umblättern so wir gehen weiter zur dracheneinheit die kriegsdrachen meister der welpen bei tag und bei nacht ziehen die vogelmenschen die mächtige drachenarmee auf und bilden sie aus wobei junge truppen befehle vom grimmigen legionär dem erfahrenen dux und dem geschickten militum entgegen nehmen ah ok königreich im himmel das territorium der dracheneinheiten erstreckt sich rund um die drachenschlucht tief im nebeltal man merkt es hat alles miteinander zu tun die hier lebenden vogelmenschen haben die geheime kunst der kommunikation mit drachen gelernt und in zeiten der not rufen sie diese herbei die dracheneinheiten lebten lange isoliert sind aber in diesen unruhigen zeiten von ihren horsten herab gestiegen und beim schutz um beim schutz des nebeltals zu helfen mhm ich weiß gar nicht dass sie alle so miteinander zusammenhängen ist ja richtig cool so die mächtigen drachen welpen die mächtigen oder nein es stehen nur mächtige drachen welpen junge welpen brechen darauf ihre kräfte als einzelkämpfer unter beweis zu stellen wenn sie heranreifen schließen viele einen bund mit einem vogelmenschen um mächtige dracheneinheit ritter zu bilden aber in ihrer jugend poliere manche lieber ihre eigene fähigkeiten auf und werden selbst zu kämpfen kämpfern ah das heißt es gibt welche die die sich mit menschen zusammentun mit diesen vogelmenschen zusammentun und es gibt welche die einfach für sich bleiben gemeinsamer tanz am himmel wenn die seelen eines vogelmenschen und eines drachen welpen eine echte einheit eingehen reift der welpe zu einem erwachsenen drachen heran und sie werden zusammen zu einem dracheneinheit ritter amann erklärt also beides zusammen als dracheneinheit ritter einem kriegstrachen der von einem der von seinem vogelmenschen geritten wird das überleben des nebetals hängt jetzt vom geschickten einsatz dieser geheimen kunst der drachenmeisterung ab aha ich lerne immer mehr dazu ist sehr cool waffen der dracheneinheit oh jetzt wird es interessant statt zu kriegstrachen für die vogelmenschen zu werden verschreiben sich manche lieber dem lebenslangen training der kampfkünste mit dem sie ihre jugend begonnen haben in ihrer jugend begonnen haben und realisieren ihr gesamtes potenzial als unabhängige drachenkrieger diese dracheneinheit waffen dienen dem höheren ziel in dem sie im kampf zu ihrer eigenen waffen greifen mhm ja wie gesagt ich kenne mich mit dem ganzen zeug nicht aus aber es ist echt interessant was ich hier lese dieser krieger ist mit müstel oh wow wie heißt der müstletein dem angest ach so heißt das schwert ok jetzt habe ich es dieser krieger also man sieht einen drache muss ich dazu sagen man sieht ein bild von einem drachen und man hört die story von dem also dieser krieger ist mit müstletein dem angestammten schwert seiner vorfahren ausgerüstet und bevorzugt den rasanten kampf mit der klinge statt dem sperrformationen die von den vogelmenschen praktiziert werden mhm und dann haben wir noch einen drache ein weiteres uraltes schwert leivaten hat seinen eigenen willen und tötet brutal jeden der es nicht wert ist es in der hand zu halten oh es gibt also auch schwerter die sich nicht führen lassen und jetzt kommen wir von dem kriegerischen ding zu dem richtig süßen cuten ding nämlich der naturia wald oh mein gott ist die karten oh mein gott ich sag's euch die sind so süß die ganzen naturia karten die sind echt unglaublich cute willkommen im naturia wald ich bin die naturia erdbeere heute ist ein besonderer tag für dich lass mich dich im wald herumführen bleib dicht bei mir damit du dich nicht verläufst nebeltal manchmal kommen die kreaturen des nebeltals vom weg ab und verirren sich in den wald darum gibt es barkion der sie im auge behält es ist also ein naturia drache der sie im auge behält wir kommen vom nebeltal zum naturia hügel der hügel ist eine oase für naturia blumen und insekten alle hier sind gut befreundet und man sieht da blumen insekten und auch so eine schildkröte dann geht es weiter in die naturia wälder hier versammeln sich die bäume aber da sie frei herumlaufen können findest du den wald nicht immer dort wo du ihn erwartest also sind es so gewalt sind so zu alter was ist los also sind es so zu sagen der naturia wächter lebt als beschützer der ganzen gemeinschaft in der mitte des waldes oh das ist ein riesen baum dann haben wir noch den naturia teich die sommer moskitos machen dem löwendrachen wirklich zu schaffen und man sieht halt ein bild vom löwendrachen und äh von dem moskitos und dann haben wir noch den naturia pfad und hier steht der kräftigste naturia und umgibt den wald um alle bösewichte abzuwehren und das sind halt die riesen stein naturia monster und eins haben wir noch nämlich den naturia tiger das edle naturia ungeheuer jagt wilderer die sich in den wald wagen also ziemlich nicht schlecht nicht ziemlich schlecht also ok jetzt habe ich mal kurz die lippen befeuchtet nicht schlecht ziemlich ziemlich cool sobald so wollte ich sagen machen wir weiter wir haben denn noch ein paar themen hier jetzt wird es richtig abgespaced oh jetzt kommt die kommt jetzt die ich glaube jetzt kommt die die gefahr aus dem welt kann es sein wir haben hier verbindeter der gerechtigkeit maschinenverteidiger ah die verbündeter der gerechtigkeit sind die flamme die xsabel xsabel und nebeltal eisbarriere und nebeltal frühe entwicklung um es mit der neuen bedrohung durch die außerirdischen wurmeindringlinge aufzunehmen entschlossen sich ingenieure von vier völkern zur zusammenarbeit und zum aufbau einer armee aus unabhängigen intelligenten maschinen aber diese gruppen waren lange verfeindet gewesen daher arbeitete anfangs jede gruppe ingenieure für sich jede hatte ihre eigenen ideen und es gab wenig kommunikation daher sah man jeder schöpfung ihre erbauer an ah so sieht das aus ah man sieht ok man sieht auf den bildern auf jeden fall die 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 herkunft der flammenwell der eisbarriere aber wie sie halt so maschinell sich erweitert haben dann kommt mit wurmenergie gebaut verbesserte verarbeitung nachdem die aus dem wurmplaneten extrahierte substanz analysiert und in die verbündeten der gerechtigkeit maschinen installiert war waren die ingenieure fasziniert wie diese ihre verarbeitungsfähigkeiten steigerte von diesem moment an begannen sie maschinen zu bauen um mehr würmer fangen und mehr diese außerordentlichen energiequelle aus dem weltall zu erlangen das heißt die haben die bedrohung aus dem weltall gegen das weltall benutzt gegen die feinde die außerirdischen dann gibt es ein geheimes projekt kosmisches portal diese maschine wurde entwickelt um ziele in verschiedenen dimensionen zu verbannen sie erreichte jedoch keinen ausreichend hohen energieausstoß um das zu erreichen aha oh jetzt geht's los letzte projekte nachdem die allianz teil ihrer kräfte verloren hatte und durch die schlachten gegen würmer und die sagenhaften erschöpft war änderte sich ihre strategie und konzentrierte sich auf eine überwältigende macht durch eine kleine zahl ultimativer waffen die halbherzige maßnahmen nur zu einer verschwendung von ressourcen führten und so ging sie das risiko ein den sieg durch eine letzte entscheidungsschlacht zu erringen dann haben wir hier noch einsatz der genix die verbündeten was den verbündeten gelang es nicht eine ausreichend komplexe kontrolleinheit zu entwickeln um diese gewaltigen superwaffen zu steuern daher entschlossen sie sich die genix als zentrale steuer kerne zu installieren nachdem sie als erstes das genix ersatzteil in ihren feldmarschall eingebaut und mit ihm daten gesammelt hatten wurden der genix überwacher in den verbündeten der gerechtigkeit entscheidungspanzer geladen ok jetzt muss ich kurz husten es tut mir leid ich bin immer noch nicht ganz auf dem dampfer aber ich ziehe es trotzdem mit euch durch ich gebe mir mühe ich hoffe ihr habt trotzdem spaß daran und jetzt haben wir hier noch vier themen die ich kurz mit euch ansprechen will wir haben hier die x-säbel die x-säbel sind eine seltene gruppe die entstand als sich mehrere kleine banden unter der führung von sosa zusammenschlossen allerdings war er bei den truppen unbeliebt da ihre leben grundlos weg warf und wurde nach einer mission plötzlich vermisst oho in anführungsstrichen vermisst der mysteriöse aber eine amnesie erkrankte beschwörer traf kurz darauf in ihrem lager ein wobei er eine rüstung trug die nicht von dieser welt war und versucht die führung zu übernehmen aber wie sosa nahm er keine rücksicht auf das leben seiner männer die x-säbel ernannten dann den angesehenen kommandanten gothoms zum anführer der vorher sosas leutnant gewesen war er machte aus dem x-säbeln eine elite gruppe und gab jedem der zehn stärksten schwertkämpfer das kommando über dutzende kämpfer wegen großer großer probleme mit der überwältigenden anzahl von würmern schwenkten die x-säbel auf kooperative taktiken um das doppel x in ihren neuen namen symbolisiert den zusammenschluss der kräfte zwischen zwei oder mehr x-säbeln ah dann haben wir hier die genix von denen haben wir schon was gehört andere nationen wussten schon lange von den genix aber kommunikation war bis vor kurzem unmöglich und die genix selbst wünschten nie kontakt mit der außenwelt die wurminvasion betraf aber selbst das genixreich und andere nationen und sahen die elementar kampfkräfte der genix zum ersten mal in aktion mit der ankunft der wurmkings der ich glaube die heißen wurmkings oder wurmkönige und der daraus folgenden verwüstung fanden die verbündeten der gerechtigkeit zwei dinge über die genix überwache heraus erstens kommunikation mit den hoch intelligenten überwachern war möglich und zweitens die überwacher konnten eine lobotomie und unterzogen und dann als waffe eingesetzt werden indem man sie als zentrale steuereinheit in den größten mega mechs der verbündeten der v gerechtigkeit einsetzte v gerechtigkeit okay dann haben wir jurasir jetzt kommen wir glaube ich zu den feinden jurasir die jurasir sind ein volk von dinosauriern ich hasse dinosaurier ich hasse es gegen dinosaurier zu spielen sie sind so fies ok nochmal zurück ok genug darüber aufgeregt die jurasir sind ein volk von dinosauriern das die fähigkeit entwickelt hat seinen körper mit brennenden flammen zu bedecken dadurch stehen sie am ende der nahrungskette haben aber auch ihre ehemals üppige natürliche umgebung verbrannt weshalb sie auf der suche nach nahrung immer weiter wandern müssen eine jurasir jagd ist bestens organisiert und ihr erfolg basiert auf ihrer fähigkeit zur zusammenarbeit speer spüren die beute auf und berauben sie ihrer fähigkeit zur flucht warten dann aber bis stärkere jäger eingetroffen sind um einen schonungslosen angriff zu starten wonach sich alle mitglieder des rudels laben während viele der wildesten jäger unterwegs auf der jagd waren wurde ihr brutgebiet das erste ziel der invasion der sagenhaften als jurasir sich in ihrem heiligen vulkan zurückzogen schließen die sagenhaften auf zunehmend mehr jurasir verteidiger erst tyrannus dann giganoto bis schließlich der mächtige titanus selbst aus dem herzen des vulkans erschien und sich in die schlacht stürzte also es ist ziemlich schwer zu lesen weil dahinter ist ein bild und dann ist die schrift drauf und es ist die farbgebung ist nicht glücklich gewählt deswegen habe ich gerade so gestottert weil es echt schwer zu lesen war ich glaube die würmer ist leicht zu lesen jetzt hören wir mal was von den würmern von denen wir schon so viel gehört haben aber nie wissen was das überhaupt ist okay würmer die würmer sind eine außerirdische plage die sich vom planet zu planet ausbreitet sie stammt von planet null und forscher der verbündeten der gerechtigkeit haben spekuliert dass es das endgültige ziel der wurminvasion ist sich zu vermehren bis der gesamte planet mit würmern bedeckt ist diese lebende masse wird dann zu einem einzigen wurm verschmelzen der den planeten selbst verschlingt um einen neuen planeten null zu bilden diese gruselige theorie impliziert die existenz vieler nullen also in klammer befallenen planeten die durchs all driften und nach neuen welten suchen die befallen werden können die würmer leben in einer hierarchie mit einer gewaltigen zahl von würmern niederen rangs und einer sehr kleinen zahl der höchsten ränge den niedrigsten rängen fehlen selbst eigener wille oder absicht sie können nur den befehlen der würmer über ihnen gehorchen das bemerkenswerteste an der wurmbedrohung ist die geschwindigkeit mit der sie sich vermehrt mit der sie sich vermehrt und mutiert manche können sogar die körper andere würmer absorbieren um einen stärkeren eigenen körper für sich selbst zu entwickeln alter falter krasser krasse angelegenheit jo das war die story die hier im hinten arsenal die hintergrund story der hinten arsenal chapter 1 box ich hoffe ihr konntet damit was anfangen ich fand es sehr interessant und wir gehen jetzt weiter zum opening zum eigentlichen opening und wir gehen die karten durch die ich hier habe man hört es schon die erste karte die ich hier habe ist eine promokarte und ich mach die mal auf knister knister also mehr ist auch gegeben alter jetzt kommen da raus so alter so viel böse packung so wir haben hier einen drachen nämlich dracheneinheit guisame von dem haben wir schon gehört ist ein windmonster drache empfänger und effekt angriff 600 verteidigung 1600 und der effekt ist wenn diese karte als normalbeschwörung beschworen wird du kannst ein winddrache oder geflügeltes ungeheuer monster der stufe 4 oder niedriger in deinem friedhof wählen beschwöre es als spezialbeschwörung aber annulliere seine effekte solange diese karte ein monster ausrüstet du kannst diese aus rüstende karte als spezialbeschwörung beschwören du kannst jeden effekt von dracheneinheit guisame nur einmal pro spielzug verwenden das war die promokarte und dann schauen wir mal rein in dem pack selbst was wir hier ziehen und ähm was wir hier haben wir haben den neo flamwell eagle feuermonster stufe 3 pyro empfänger effekt attacke 800 verteidigung 200 und der effekt ist falls diese karte durch kampf zerstört wird wähle eine karte im friedhof deines gegners verbanne sie falls diese karte auf dem spielfeld durch einen karteneffekt zerstört wird wähle ein feuer monster mit 200 oder weniger verteidigung in deinem friedhof außer neo flamwell eagle für das gewählte ziel deine hand hinzu es geht weiter mit neo flamwell wir haben neo flamwell säbel feuer monster stufe 4 1500 verteidigung 200 verteidigung äh 1500 eingriff 200 verteidigung pyro effekt diese karte wird nicht als säbel karte behandelt weil das steht im name flamwell säbel solange der gegner vier oder weniger karten in seinem friedhof hat erhält diese karte 600 angriff solange der gegner acht oder mehr karten in seinem friedhof hat verliert diese karte 300 angriff okay dann geht es weiter immer noch mit flamwell nämlich flamwell grunika auch ein feuer monster stufe 4 1700 angriff 200 verteidigung man merkt der igel holt die alle aus ist ja auch richtig cool drache effekt falls diese karte ein monster durch kampf zerstört und auf den friedhof legt füge den gegner schaden in höhe der grundstufe des zerstörten monsters mal 200 zu dann geht's los verbündeter der gerechtigkeit omni waffe finster ist stufe 5 1 2 3 4 5 ja attacke 2200 verteidigung 800 maschine effekt falls diese karte ein lichtmonster durch kampf zerstört und auf den friedhof legt ziehe eine karte dann falls du ein finsternes monster stufe 4 oder niedriger gezogen hast kannst du die karte vorzeigen und als spezialbeschwung beschwören dann haben wir verbündeter der gerechtigkeit umlauf leser doch umlauf leser finsternis stufe 3 angriff 1000 verteidigung 1000 maschine empfänger effekt schnelleffekt du kannst diese karte vom auf dem friedhof abwerfen und dann bist du zwei lichtmonster im friedhof deines gegners wählen verbanne die gewählten ziele ui das ist ja fies wo in welchem deck benutzt man viele lichtmonster cyberdrache da ist es ziemlich stark dann gehen wir ins nebeltal nämlich nebeltal baby rock windmonster stufe 2 angriff 400 verteidigung 600 geflügeltes ungeheuer empfänger effekt wenn diese karte von der hand auf dem friedhof gelegt wird du kannst sie als spezialbeschwörung beschwören dann kommen wir zum goyo wächter erde eins zwei drei sechs sterne monster mit 2800 angriff 2000 verteidigung krieger synchro effekt ein erde empfänger plus ein plus nicht empfänger monster wenn diese karte ein monster eines gegners durch kampf zerstört und auf den friedhof legt du kannst das monster als spezialbeschwörung auf deine spielfurtseite in die verteidigungsposition beschwören dann haben wir die erste ich nenne sie hidden arsenal rare blist verteidiger der eisbarriere ist ein wassermonster stufe 1 angriff 300 verteidigung 500 aqua effekt falls diese karte durch kampf zerstört und auf den friedhof gelegt wird ziehe eine karte dann haben wir den karten kavallerist ein erder monster stufe 3 angriff 400 verteidigung 400 maschine effekt einmal pro spielzug du kannst eine zahl von 1 bis 3 bestimmen und dann so viele oberste karten von deinem deck auf den friedhof legen diese karte erhält bis zum ende des spielzugs für jede auf diese art auf den friedhof gelegte karte 500 angriff falls diese karte die du kontrollierst zerstört und auf den friedhof gelegt wird ziehe eine karte nicht schlecht dann haben wir kräfte rauben eine falle kontinuierliche falle aktiviere diese karte indem du 1000 lebenspunkte zahlst annulliere die effekte aller offenen monster solange sie offen auf dem spielfeld liegen in klammer ihre effekte können aber trotzdem aktiviert werden in klammer zu und dann haben wir noch dracheneinheit ritter barcher ein windmonster 2 4 mit 8 sterne attacke hat er 2000 1200 verteidigung drache synchro effekt ein drache empfänger plus ein plus geflügeltes ungeheuer nicht empfänger monster wenn diese karte als synchro beschwung beschworen wird du kannst eine beliebige anzahl dracheneinheit drache monster in deinem friedhof wehen rüste diese karte mit den drachen monstern aus diese karte erhält für jede dracheneinheit karte mit karte mit der sie ausgerüstet ist 300 angriff nicht schlecht dann haben wir den sagenhaften valkyrus licht 2 4 6 8 sterne monster mit 2900 angriff und 1700 verteidigung sind synchro monster unterwäldler synchro effekt ein sagenhaft empfänger plus ein nicht empfänger monster einmal pro spielzug du kannst ein unterwäldler monster abwerfen ziehe eine karte coole effekt sagenhafter diff auch ein licht monster stufe 3 1400 angriff 1700 verteidigung unterwäldler mit effekt wenn ein oder mehr sagenhaften monster von der hand auf den friedhof gelegt werden außer während des damage steps du kannst diese karte als tribut anbieten und dann eins der monster wählen beschwöre es als spezialbeschwörung dann haben wir den sagenhaften java licht stufe 1 angriff 200 verteidigung 100 ist ein ungeheuer empfänger effekt monster während deiner main phase du kannst diesen effekt aktivieren wirf ein sagenhaften monster ab und falls du nichts tust beschwöre diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand dann gehts ins naturia reich naturia kosmo rübe erdemonstert stufe 2 1000 angriff 700 verteidigung pflanze empfänger mit effekt wenn der gegner ein monster als normalbeschwörung beschwört oder setzt du kannst diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören wow das ist ja das ist ja fies ey sobald der gegner irgendwas macht kannst du die einfach rausballern also ich mein so sobald der monster beschwört okay er muss normal beschwören oder setzen aber selbst wenn gesetzt wird kann man den aktivieren also ist gar nicht mehr so schlecht finde ich cool dann haben wir den sagenhaften hannathor lichtmonster stufe 4 1700 angriff 1500 verteidigung ungeheuer mit effekt wenn diese karte ein monster deines gegners durch kampf zerstört und auf dem friedhof legt du kannst ein sagenhaften monster abwerfen ziehe eine karte dann haben wir sagenhafter aschenwale das ist ein lichtmonster stufe 4 1600 angriff 1200 verteidigung unterwäldler mit effekt einmal pro kampf falls diese karte kämpft während der schadensberechnung schnell effekt du kannst eine karte von deiner hand auf den friedhof legen diese karte erhält nur während der schadensberechnung 600 angriff und das letzte monster aus dem ersten pack naturia käfer erdemonster stufe 4 angriff 400 1800 verteidigung insekt mit dem effekt jedes mal wenn eine zauber karte aktiviert wird vertausche die grundattacke und verteidigung dieser karte ok interessant so habe ich jetzt auch noch nicht erlebt aber klingt schon mal nicht schlecht kommen wir zum letzten pack machen wir schon mal rein was wir dazu haben wir fangen an mit general grunhard der als barriere ein wassermonster ich glaube der stufe 246 wieder der stufe 8 2800 angriff 1000 verteidigung es ist ein kriegermonster mit einem effekt während der main phase kannst du zusätzlich zu deiner normalbeschwörung oder deinem setzen ein eisbarriere monster als normalbeschwörung beschwören du kannst diesen effekt nur einmal pro spielzug aktivieren ziemlich cool dann haben wir neo flammel ursprung feuer also monster monster äh feuer monster stufe 2 500 angriff 200 verteidigung pyro empfänger mit folgendem effekt falls du ein flammel monster kontrollierst außer neo flammel ursprung und dein gegner drei oder weniger karten in seinem friedhof hat kannst du diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören dann haben wir samurai der eisbarriere wassermonster stufe 4 1800 angriff 1500 verteidigung krieger mit folgendem effekt falls diese karte in offener angriffsposition in die offene verteidigungsposition geändert wird zerstöre diese karte und falls du dies tust ziehe eine karte mhm oh jetzt kommt aber was was überhaupt nix damit zu tun hat nämlich elemental stratos ein wind monster der stufe 4 1800 angriff 300 verteidigung krieger mit folgenden effekt wenn diese karte als normal oder spezialbeschwörung beschworen wird du kannst einen dieser effekte aktivieren erster zerstöre zauber oder falle zerstöre zauber oder fallen auf dem spielfeld bis zur anzahl der held monster die du kontrollierst außer dieser karte zweiter effekt füge deine hand ein held monster von deinem deck hinzu dann haben wir den heiligen geist der eisbarriere ein wassermonster der stufe 4 1600 angriff 1200 verteidigung zombie spirit mit effekt kann nicht als spezialbeschwörung beschworen werden einmal pro spielzug während der endphase falls diese karte in diesem spielzug als normalbeschwörung beschworen oder aufgedeckt wurde jetzt habe ich es gib diese karte auf die hand zurück weil du ein anderes eisbarriere monster kontrollierst wird der endphase effekt dieser karte stattdessen zu wähle ein monster das dein gegner kontrolliert gib es auf die hand zurück ah ok gut dann haben wir karawane der eisbarriere also wir bleiben eisig ein wassermonster stufe 1 mit 500 angriff 200 verteidigung typische seeschlange mit dem folgenden effekt einmal pro spielzug du kannst 2 eisbarriere monster in deinem friedhof wählen mische beide ins deck dann zieht jeder spieler eine karte dann haben wir medium der eisbarriere ein wassermonster der stufe 2467 angriff 2200 verteidigung 1600 ein hexamonster mit folgendem effekt falls dein gegner vier oder mehr karten als du kontrollierst kannst du diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören dein gegner kann in jedem spielzug nur eine zauber oder falle aktivieren dann haben wir was richtig süßes nämlich die naturia ananas sein erdemonster stufe 2 mit 100 angriff 100 verteidigung pflanze mit folgendem effekt alle offenen monster die du kontrollierst werden zu pflanzenmonster einmal pro spielzug während deines standby phase falls du keine offenen naturia ananas kontrollierst und keine monster außer pflanze oder ungeheuer in deinem friedhof hast du kannst diese karte als spezialbeschwörung von deinem friedhof beschwören du darfst weder zaubern noch fallen kontrollieren um diesen effekt zu aktivieren und auszulösen aufzulösen ok ist aber fies keine zauber der fall dann haben wir oh devloren tigerkönig der eisbarriere ein wassermonster der stufe 246 angriff 2000 verteidigung 1400 ungeheuer synchro mit effekt ein empfänger plus ein wasser nicht empfänger monster du kannst eine billige anzahl andere offene karten wählen die du kontrollierst gib die gewählten ziele auf die hand zurück dann erhält diese karte für jede durch diesen effekt auf die hand zurückgegebene karte bis zum ende des spielzugs 500 angriff du kannst diesen effekt von devloren tigerkönig der eisbarriere nur einmal pro spielzug verwenden dann haben wir den mystischen raumtaifun es ist eine schnell zauber karte mit dem effekt wähle eine zauber oder falle auf dem spielfeld zerstöre das gewählte ziel klassiker und oh mein gott wir haben trishula drache der eisbarriere gezogen es ist ein wassermonster der stufe 2 4 6 8 9 angriff 2700 verteidigung 2000 drache synchro mit folgendem effekt ein empfänger plus zwei nicht empfänger monster wenn diese karte als synchro beschwungen beschworen wird du kannst jeweils bis zu eine karte von der hand der spielfeldseite und dem friedhof deines gegners verbannen diese karte in der hand wird zufällig ah die karte in der hand wird zufällig bestimmt dann haben wir die sagenhafte cat siff ein gewählt dann haben wir noch dracheneinheit partisan ein wind monster der stufe 2 mit 1200 angriff und 800 verteidigung es ist ein drache empfänger monster mit folgendem effekt wenn diese karte als normal beschwungen beschworen wird du kannst ein dracheneinheit geflügeltes ungeheuer monster als spezial beschwungen von deiner hand beschwören dann rüste es mit dieser karte aus solange diese karte ein monster ausrüstet wird das monster als empfänger behandelt nicht schlecht dann haben wir dracheneinheit legionär ein wind monster der stufe 3 mit 1200 angriff und 800 verteidigung es ist ein geflügeltes ungeheuer mit folgendem effekt wenn diese karte als normal beschwungen beschworen wird du kannst ein dracheneinheit drache monster der stufe 3 oder niedriger in deinem friedhof wählen rüste diese karte mit dem bewählten sie aus du kannst ein dracheneinheit eine dracheneinheit karte von deiner zauberunfallzone auf dem friedhof legen und dann ein offenes erwähnen wow was für ein satz dass dein gegner kontrolliert zerstöre das gewählte zieht das ist ein richtig langer satz es ist ein satz ne es sind zwei sätze aber richtig lang dann haben wir als nächstes der sagenhafte zerburbel warte was der sagenhafte zerburel 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 okay ich hab's dreimal hintereinander gesagt jetzt können wir weitermachen ein lichtmonster stufe 2 1000 angriff 400 verteidigung ein ungeheuer monster empfänger und hat folgenden effekt falls diese karte auf dem friedhof abgeworfen wird beschwöre sie als spezialbeschwörung dann haben wir sagenhafte mit stocchi ein lichtmonster stufe 2 400 angriff 200 verteidigung unter bettler empfänger mit folgendem effekt du kannst diese karte von deiner hand auf dem friedhof legen und dann ein sagenhaft nicht empfänger monster wählen dass du kontrollierst das monster wird als empfänger behandelt solange es offen auf dem friedhof liegt und zum schluss haben wir oh ne vorletzter ich war zu früh es tut mir leid wir haben als vorletzten sagenhafter leviathan ein lichtmonster der stufe 2 4 6 8 10 wow ein stufe 10er monster mit 3000 angriff und 2000 verteidigung es ist ein unter bettler monster und ein synchro monster mit folgendem effekt man braucht ein sagenhafter empfänger und ein nicht empfänger monster wenn diese karte auf dem spielfeld zerstört und auf dem friedhof gelegt wird du kannst bis zu 3 sagenhaften monster in deinem friedhof wählen füge sie in deine hand hinzu und last but not least dracheneinheit pilum ja genau dracheneinheit pilum ich hab grad nochmal überlegt aber ne stimmt so pilum ein windmonster stufe 3 mit 1400 angriff 1000 verteidigung es ist ein drache empfänger monster mit einem effekt der heißt wenn diese karte als normal beschwungen beschworen wird du kannst ein dracheneinheit gefügeltes ungeheuer monster als spezial beschwungen von deiner hand beschwören dann riechst du es mit dieser karte aus solange diese karte ein monster ausrüstet kann das monster deinen gegner direkt angreifen aber wenn es dies durch den effekt diesen effekt tut wird der kampfschaden halbiert der deinem gegner zugefügt wird jo was ist mir aufgefallen an dem set es sind fast es sind nur monster ja es sind nur monster nur monster nur die zusatz karte von diesem dual terminal wie zum beispiel mystisch raum tafuhn oder ähm kräftraum das waren die einzigen nicht monster karten ziemlich interessant konami hat hier ein set nur mit monster rausgebracht wusste ich gar nicht ah krass ist mir nicht aufgefallen vorher ja krass ok gut das war ähm eine box und die geschichte zu den hinten arsenal monster ark typen ähm ich fand es ziemlich interessant und mir hat es richtig spaß gemacht ähm auch wenn es teilweise komisch übersetzt war oder ich einfach zu blöd zum lesen war und ich mich teilweise schwer getan habe weil es ein bisschen schwierig zu lesen war für mich ähm weil es irgendwie farblich ein bisschen sich überlappt hat und dann ein bisschen schwer zu lesen war aber ich habe mir mühe gegeben ich hoffe ihr wisst das zu schätzen in was wollte ich euch noch sagen achso ja es hat mir spaß gemacht äh diesmal deutsche karten vorzulesen nicht so wie beim letzten mal wo ich ähm frei übersetzt hab oft und ich hoffe ihr hattet auch spaß und euch hat es den der geschichtliche teil auch gefallen in diesem sinne ähm ja es wird in zukunft noch einiges kommen ähm ich habe auch vor deckprofile zu machen da wurde auch schon eine frage gestellt wenn ich hier nochmal nachschaue ob ich nicht deck noch deckprofile machen kann zum beispiel zu elementar helden aber elementar helden damit kenne ich mich zu wenig aus ich habe zwar elementar helden deck da aber das habe ich mir von einem kumpel ähm von einem freund gekauft da habe ich seine sammlung aufgekauft und daher ist das deck ich habe leider keine ahnung wie man elementar helden ähm effizient effizient spielt ähm deswegen kann ich da nicht viel zu sagen aber ich werde ein edle ritter deckprofile machen denn ich spiele hauptsächlich zurzeit edle ritter und ich nenne mein deck edle ritter der flammen denn ich habe da ein bisschen ein bisschen anderen support noch mit drin ihr werdet es dann sehen wenn es soweit ist also freut euch da schon mal drauf in diesem sinne ähm es hat mir echt spaß gemacht es ist schön wieder ein bisschen zu quatschen und äh wieder ein bisschen normalität hier rein kommen zu lassen in meinen kanal und ähm also auf meinen youtube kanal und hier beim podcast ich hoffe ihr hattet auch viel spaß oder halb so viel spaß oder genauso viel spaß wie ich verzeiht mir meine lesefehler aber ich habe ne ich weiß nicht ob ihr es gemerkt habt aber ich habe eine immer noch andauernde oder seit kindheit andauernde lese rechtschreibschwäche was weswegen es mir fair fair da fängt schon an weswegen es mir schwer fällt ähm zu lesen oder halt vorzulesen und äh richtig zu lesen und vernünftig zu lesen manchmal lese ich auch wenn ich nur für mich lese paar sätze dreimal weil ich es einfach nicht verstehe in diesem sinne hoffe ich dass ihr mir das nachsehen könnt und ich hoffe ihr hattet viel spaß und in diesem sinne vielen dank fürs reinhören und wir hören uns beim nächsten mal oder wir sehen uns beim nächsten mal und falls ihr falls ihr bock auf ein opening video habt wo ich die karten einfach nur öffne und nicht viel dazu sag dann schaut auf meinen youtube kanal vorbei da habe ich ein opening hochgeladen ähm zu dem hinten arsenal äh chapter 1 set ich habe da 4 boxen aufgemacht ich habe gedacht 4 boxen reichen weil da sind echt viel karten drin und ja das war es eigentlich und dann freue ich mich schon auf das nächste mal mit euch in diesem sinne jetzt sage ich es schon zum 10.000 mal in diesem sinne aber in diesem sinne vielen dank und bis zum nächsten mal ciao und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020